Wir spielen jetzt Platin-Promos. Und Lukas. Echt jetzt? Ah, das ist wirklich eine Promo? Ich glaube ja. Wir spielen nur noch Promos. Wir spielen nur noch Promos jetzt. Let's go! Kleiner Stream an der Stelle. Achso, warte, warte, wenn wir wirklich Platin-Promos spielen, ganz kurz, noch mal die Rollenverteilung? Ja, ich würde gerne Jungle spielen, aber lass Lukas junglen, weil der ist seine Promo. Oh, passt. Ich würde gerne zugucken. Dann nehmen wir dir voller weg. Du kannst im richtigen Stream uns zugucken. Ja, aber dann bin ich ja 15 Sekunden hinter euch. Warte, streamen wir oder was? Ja, ist es fein für dich? Du bist eh schon drauf. Jaja, ist gut. Du kannst eh nirgends dagegen tun. Gestern 5 Stunden gestreamt, sag ich, wie kämen wir streamen? Stimmt. Ey, wir haben nur 4 Stunden gebraucht. Stimmt, nur 4 Stunden, ja. War geil. Ja. Ja. Aua, ich habe immer noch Muskelkarte, Lukas. Was hast du uns da machen lassen? Ja. Gut angenehm. So, jetzt nochmal hier für unsere ganzen Zuschauer, die wir noch nicht haben. Ähm. Jetzt gibt's die nächste Promo. Diesmal ist es allerdings meine Platin-Promo nur, ne? Nicht so wichtig also. Ich bin ausnahmsweise mal nicht Master. Sonst sind wir ja alle Master. Alle von unserem Team. Aber wenn ihr denkt, dass ihr denkt, dass ich ein Gold-Noob bin, in der Solo-Queue bin ich schon länger Platin, ne? Ich finde Gold schon eine sehr hohe Edo, tatsächlich. Ja? Ja, das glaub ich dir. Was war das? Julein ist eigentlich Primate jetzt mitspielen oder nicht? Ich bin noch nie sicher. Ja. Also, dann wüsstest du probably eh ein Team runter. Also, dann bekommst du einen Spade. Dann kommst du zu Olli, Julian. Dann kommst du zu mir. Dann kommst du zu Ochri oder so. Julein ist ja sowieso bekannt dafür, dass er Gold nie erreicht. Also... Das letzte Prime League Season sind wir abgestiegen. Es müssen halt auch einfach mal Konsequenzen gezogen werden. Und dann wird halt der Supporter gewenscht. Digga, da ist ne Vespa an meinem Bein. Häeääh. Ochri. Ja? Ob wir liegt in meinem Zimmer? Blacks Q Master sind die top... Heute streamen ohne commentary, da ist ne Vespa. 0,08% Kann ich das fast picken, Jungs? Wayne Ist Wayne? Wayne hat er gesagt, oder? Gib ihm mal Wayne Ich dachte schon, dass Finn Swain spielen will Finn hat gestern von gesmurft auf Swain Finn hat richtig gesmurft auf Swain Also übrigens, was hast du in die Beschreibung reingeschrieben? Guck mal bei mir ins streamen, bitte Der stream wird nicht kurz, er wird durchschnittlich Perfekt Perfekt Was kann ich das euch denn picken? Wer bist du denn, Leute? Ich weiß nicht, wo die Wespe hin ist Was halt jetzt innen? Ja, ja, was willst du haben? Erstmal mir im Jungle kannst du erstmal was picken Und zwar Trundle, I guess Dann pick Trundle Okay, dann pick ich Trundle Klar, das ist immer, brauchen wir hier bleiben picken Alle, der macht nichts Immer Ja, ja, warum ist okay Ein Minico, Miss Fortune Das ist ein gutes Braum-Game Kann doch die Lane scheiße werden Ja Zett, guck mal, siehst du sogar deinen Lane-Gegner Uh Das ist sogar fein Zett Verleckten Äh Pennen Beim MF Support Also Bruiser-Kram, ne? So alte Person, die sowas Ja, gib mir eine Sekunde Poppy ist sehr, sehr gut anscheinend Cinch Cho'Gath Pantheon Arthrog So Garindarius-Kram also Cho'Gath Das ist fühlig, ja Cho'Gath Das ist ein Dann haben wir ein relativ Also wir haben wenig Engage Aber wir haben eine ziemlich stronge Frontline Wir können glaube ich gut kiten mit dem Team Kannst du schon mal kiten? Kannst du schon mal kiten? Kannst du schon mal kiten? Ja, wir können auch Front-Back spielen sehr gut Was sind die Wunde ich mitnehmen? Liefel Tempo? Äh, ich glaube ja, Liefel Tempo inzwischen Dann Presence of Mind, Attack Speed und Quote Grace Das ist ein Ja Und Second Ich würde Dingens nehmen Nicht Quote Grace, sondern Cutdown Lucas, bist du schon in der Diabromo oder kommst du erst rein? Ich bin drin Wie stehst du gerade? Na, 0-0 0-0 0-0 Blut im Beilschirm Promo So ist das alles 0-0-0 hinter Platin Promo Denn du bist eine Null Naja, so ist es Oh, wenn ich aufsteige nach Platin, dann spiel ich nur noch Flex-Q Weil da ist meine MMR nämlich noch gut genug, dass ich da tatsächlich Plus 20 kriege oder so Oh, ich muss mal gucken, wieviel LP ich bekomme im Master Das würde mich interessieren Nein, ich habe keinen Skin Scheiße Willst du dich dann eigentlich wieder demoten lassen oder willst du jetzt erstmal Master stayen? Weil ich würd sagen, wir stayen doch erstmal, oder? Ich glaub, ich bleibe einfach Master und level halt meinen Smurf. Der ist jetzt Level 9. Das dauert ja nicht mehr so lange wie früher. Ich denke, keine Ahnung, ne Monat oder so ist der Level 30. Ja, oder du kaufst halt einen. Ich überlege halt, als es früher war. Oder nimmst du den, den ich dir geschickt hab? Ja, aber das ist ja dann nicht mein Account. Was müsst du sein in der Flex Platin 4, oder? Egal, wir können uns hier gerne einfach spielen. Ich glaub Platin 4, ja. Ja, dann lass doch einfach, also dann kannst du ja trotzdem gelegentlich Flexview spielen. Ja, ich kann mit Marc spielen, Andi, mit dir, wenn du jetzt deine Promo gewinnst und mit Finn. Naja, für mich nicht. Warum Gold? Ja, weil du Gold schreibst. Du bist auch gar nicht so weit weg, ne? Ganz, Jungs, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich viel besonderer bin als Julian mit meiner Elo. Weil du Bronze bist. Ja, weil viel weniger Leute sind Bronze als Gold. Ja, du bist irgendwie... Schreckt mal nach Iron ab, Alter. Schreckt mal nach Iron ab. Ja, ich wollt grad was sehr fieses sagen, aber ich sag's jetzt nicht. Das ist ein besonderes auch eben. Halt einmal, Julian. Das ist genau überm IQ, da gibt's auch so ganz unten... Nimm dich! Nimm dich! Der Bodensatz. Danke, stimmt. Danke. Man will ja bei der Ghost-Verteilung schon immer am Rand sein, ne? Ich glaube so, ab 30 kann man glaube ich abende oder was hab ich nochmal gelesen. Bist du drüber? Über 30, ja. Ich mag euch echt nicht. Aber... Aber du hast so 31. Ich mag euch nicht, ich mag euch echt nicht alle. 31, ja. Bist du böse zu mir. Junge, ich kann immer noch nicht meinen Arm ausstrecken. What the fuck? Alter, what? Das ist so schlimm. Ich hab auch noch ein bisschen Muskelkart, hab ich auch noch, muss ich sagen. Ey, bei mir ist der das Trophen. Dann ist seit Wochen der Dringfinger und der linke kleine Finger taub. Echt? Taub? Oh, das ist nicht gut. Wieso lieb das denn? Oh, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Lollst du mal zum Arzt mit? Jaaa... Aber wenn die taub wird ja schon schwarze Finger? Und wenn man da nicht behandelt, kann es sein, dass das bleibt. Ja, dann ist es halt so. Was? Das ist halt so. Das ist halt so. Da haben wir zehn Finger alles in Ordnung. Mein zwei Finger auf der Hand ist auch unten taub, da wo er genäht wurde. Macht ja nix, wenn da einer von den zehn Fingern fehlt. Ja, zwei. Okay. Ey, das wird dann mit Abstand der beste Trick. Weißt du, damit könnt ihr richtig Geld machen dann so. Ich verkauf dir meinen kleinen Finger. Und dann setzt euch einfach vorne dran, hakt sich den Finger ab. Ey, das ist glaube ich auch ein Marktführer, ja. Aber auch könnt ihr auch passen, so Hörgeräte sind teuer. Danke. Gar nicht mehr so sehr. Glaube ich. Ich krieg da immer Werbung für. Kalken kannst du bezahlen die Dinger. YouTube denkt glaube ich, ich bin so ein 80-Jähriger. Ich hab ein Kind. Ja, du verhältst dich auch so. Ich hab ein Kind im Ohr, ja. Ich hab ein Kind im Ohr. 80er Master. Du bist... Okay. Oh, die spielen ja Craves, alter. Ewig nicht gesehen. Craves. Die haben wir in Vayne direkt. Nein, wir in Vayne direkt. Nein, wir in Vayne direkt. Wir spielen da komplett rein. Wir machen da so ein sexy Double Kill. Also ich muss ehrlich sagen, unsere Combo fühle ich schon etwas mehr als die Combo von denen. Warum bin ich eigentlich Joker und mir kleiner als Braum? Weil du noch Level 1 bist. Du musst erstmal essen. Ja, aber das ist sogar nicht so riesen Void viel. Aber mein Herz war ein stärkster Muskel. Das ist auch richtig. Ja. Was wisst ihr, was der stärkste Muskel im Körper ist, Jungs? Wisst ihr das? Ja. Mein dickfetter... ...Tals. Okay, okay. Nein, ich glaube der Kiefermuskel, actually. Der Kaummuskel. Ne, das Herz. Das hat unser Braum immer. The hardest and strongest muscle. Der Braum ist ja auch kein Wissenschaftler. Ja. Der haut Leute mit einer Tür. Weil da wartest du. Da ist Kamin. Weißer. Ja. Stimmt. Julian, lass mal zurück auf andern sein Turret. Ich würde dich ganz gerne umbringen. Ich wollte gerade sagen, muss ich auch noch umbringen, ja. Ja, stimmt. Muss ich auch noch machen. Oh. Guck mal da ran. Alter, nein. Das war gar nicht gut. Fällt schon mal gut an, Jungs. Ne, ich bin da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Eieieieiei. Warum bist du so laut? Was machst du heute? Ich habe ganz viel von denen gefressen. Eine Kaiser-Kuh und so Zeug wahrscheinlich, oder? Ja, irgendwie so Zeug. Nein, Julian. Oh. Ich hab's überlebt. Deswegen bin ich ja der Sieben. Habt ihr den neuen Video-Scan gesehen? Den Before Runtation? Runtation? Sieht so wild aus. Ja. Der Richard Reign oder was? Das ist dieser Video-Scan, bevor er zu so einem Handsome Toten wurde. Ist ein Handsome König. Von den Blessed Isles war und nicht von den Shadow Isles. Guck mal hier, Lore-Experte. Du verlierst halt, ne? Hot. Ist halt das besser am Auto-Taken als du. Like, wer Viego auch hot findet. Das ist für die Moral wichtig, Marc. Das muss man in die Combo mit üben. Was denn? Die Level 6 Pings, Level 7er Pings oder sowas. Ach so, ja. Wenn du in die Combo für den Champions du bist, musst du das mit rein üben. Das musst du, wenn du Yasuo spielst, musst du dir das Ding auf die Q legen. Das ist einfach immer, wenn du Qst, kommt dann dein Level 7. Ja. Das ist wichtig. Und Ignite, ja. Eine der wichtigsten Regeln, wenn du Yasuo spielst. What? Warum ist das eigentlich ne... Ah, das ist sofort. Ich bin sehr... Uh... Ich schreib grad mit Max, äh, bin grad bei meinem Smurfer-Melder-Willen. Das dauert... Ja, kannst du dann ja mit Ochi aus Browser raus. Stimmt, das stimmt. Stimmt. Das können wir machen. Das ist der Pippe. Löhlich machen. Ich lass' wir weg. Ochi out of Browser, da machen wir so'n Ding draus. Ja, ja, da machen wir so'ne Streaming-Reihe draus. Ich lass' ja auch von last carry, das ist free, alter. So, ist halt Lukas zum ersten Mal Platin gehittet. Ich glaub' ich war. Ein bisschen vielleicht. Aber nur so halb. Bei mir in die Proben bist du allein gekommen. Der letzte Season meinst du jetzt oder letzte Season? Ne, ne, da war... Keine Ahnung, war's diese? Letzte Season. Da hab' ich Twitch gespielt. Ich weiß nicht mehr wann das war. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ich glaub' es war letzte Season. Ich glaub' diese Season hast du das Ganze reingemacht. Ich hab' mir mit drei Fight'n gemacht. Äh, was ist mit dem los? Den killen wir ja. Ja, aber ich brauch' noch ein bisschen. Ich bin direkt auf Level 2 mit dem Fight'n klein. Ah, ich hab' reingetan. Nice fan. Was ist? Max mal E. War schon bei die Graube geglaubt. Max mal E. Max E. Ja. Ist mit Abstand dein bester Spell gegen Z. Und dann geh' immer für so kurze Trades, wo du drei Autotecks mit E machst und dann rausrennst. Also dann Q und rausrennen, weil er kann dich ja nicht chasen durch deinen Q. Gut, aber trotzdem. Ja. Wie ist das? Och man. Gönn dir Lukas. Ja, erklär das nicht gesehen, Alter. Zu belastend. Ja, lol. Z ist ein toller Champion. Aber ich bin toll. Ja, lol. So krank, dass Max einfach Gold 3 ist. Max ist absolut gemeint. Der hat ja angefangen wieder Rank zu spielen seit dem Turnier. Ja, der spielt die ganze Zeit Shen. Warte mal. Shen ist so geil. Ja, ja. Ich würde genau Ronius mit Team werfen, weil er gemeint hat Shen. Wenn er ein schlechter Champion ist. Ich mag es nicht. Wisst ihr wen wir noch fragen könnten fürs Turnier im Winter? Stelzel. Ja, Stelzel. Stelzel. Der spielt ja auch League. Junge. Der spielt ja auch League. Der hat ja gemeint, dass er vor kurzem mal Clash gezockt hat oder so. Wenn er Mitglied wird. Hä? Wenn er Mitglied wird. Wenn er Mitglied wird. Unser erster Ausländer. Ja. 13 Solo Q Shen Games in seiner Dingens. Und hat 10 nach gewonnen und 3 verloren. Das Ding ist, ich bin manchmal mit mir gespielt. Ich habe ihn in Gold gebracht. Mit ihm zusammen. Das waren dann die verlorenen Games? Oder welche? Nein. Bisschen Disco-Server schätzt ihr das? Bisschen. Braves? Ich bin nicht Low leider. Aber wir können es probieren. Braves ist in den River unten. Ich würde es versuchen. Ähm. Ob wir sind da raus. Ich würde können, wenn du nicht springen, wenn du nicht da bist. Probier mal wirklich nur mit, äh nicht deine... Ich bin ja hingelaufen, wenn ich auch... Probier mal nur mit Auto-Hits zu traden. Weil... Du willst diese 3 E-Hits rausbekommen und dann willst du auch raus. Weil die längeren Trades verlierst du hart. Mhm. Und irgendwann hast du mal, dass es dir nicht mehr so viel macht. No! Oh, close. Ist die MF da noch reingemooft? Das heißt, das ist wirklich einfach nicht. Das ist so droht. Du könntest doch deinen Heal-Pot nehmen. Könnt' ich. Ich? Oder was? Ne, Lars guckt bei mir zu. Ja, ich beobachte auch hier gerade. Du kannst ja Backseat-Gaming. Perfekt. Ja, easy. Jungs, wir fallen hier ganz schön nach hinten, ne? Wir sollten mal ein bisschen fokussen. Das waren die Games gestern alle auch. Die haben Erfahrung im Comeback. Believe. Die haben schon eine bessere Teamfight-Combo als die, finde ich. Ähm, wir können glaube ich über die Falschen noch spielen. Ich hab ne Comeback-Versicherung, keine Sorge. Ja? Ja, das ist gut. Ich hab geschlossen. Ich will eigentlich, einfach wenn ich Ult hab, einfach jeden Minion fuddern, den ich auf Ult hab. Ja. Gegen Set wahrscheinlich, ja. Wenn du Gegner dir doch dann gehst, dann ne ich nicht, Alter. Du bist halt so, so auf dem Fall drauf zu gehen. Du kannst Follower bin ich nicht treffen. Ja, ja. Dann werf halt nicht direkt, so warte erst auf meinen Pillar. Aber die wissen nicht, dass ich hier bin. Die hätten hier keine Vision mehr. Egal. Egal, es ist go for it. Alter. Kill, 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 kill. Wer kriegt die? Die way. Ah, ich hatte. Kein Scheiß. Kein Scheiß. Zwei Streams gleichzeitig. Am besten einfach, ich mein, du kriegst deine 6-6 kriegst du halt save später. Einfach die Minions, einfach durchspam und dann bist du so oder so useful. Ich bin ein Tank, so ist es nicht. Wollen wir gleich noch Drake gehen, Jungs? Ich würde gerne resetten. Ich bleibe im Magen. Safe? Ist grad free, glaube ich. Magen muss gleich, sonst ist der Fakt, glaube ich. Okay. Ich brauche auf jeden Fall meine Boots jetzt. Okay. Kann beides tun, ist gleichzeitig. Das kann der Mittler im Magen. Wir brauchen dich, vielleicht gleich. Ja. Nicht sch... Links muss aber auch nicht kommen. Nein, finde ich. Ja. Hast du dazu Flash? Kann dir dich einfach killen. Ah, der meint. Hast du mich springgelassen? Hier, hier? Ja. Oh, war nicht in range. Oh, no. Ich krieg das weit nicht mehr durch. Ach, das ist Int, Alter. Dürfen wir wahrscheinlich einfach nicht anfangen, wenn Mark resetet. Ja. Also, ja wirklich. Man merkt ja wirklich, wir sind so groß, wir werden jetzt schon geghostet. Wir werden schon geghostet, ja. Richtig. Exothermic99 schreibt, Ochie, ich liebe dich. Wer ist das? Ich weiß nicht. Das ist Max. Keine Ahnung. Max, die Legende. Echt jetzt? Ah, ich dachte... Der hat sogar reingesubt gestern. Ja, ja. Ich dachte nämlich, das wäre der erste Sub, der nicht wir sind, weil ich nicht wusste, wer das ist. Max ist einfach bester Mann. Nee, nee, das ist Max. Niko kommt richtig in Box halt. Der Andi hat auch mal ein bisschen Geld da gelassen, hab ich gesehen. Ja, 5 Euro. Ja, gestern, als wir in Masse gekommen sind, hat er 5 Euro da reingechirrt. Ja, genau. Nehmt uns nicht ein. Anna. Die geben richtig fett Kohle. Ich meine, das würde halt mehr bringen, wenn er das Geld instant spendet, aber... Weil er kriegt nämlich Twitch davon nix, aber... Nee, der hätte die irgendwie gewonnen gehabt, oder so. Nee, der hat so ein komisches, von dem man immer Werbung kriegt, wo du irgendwie... Das verbindest du mit deinen Games und dann kriegst du so Tokens und davon kannst du dir Sachen kaufen. Ja, I see. Äh, Jungle... Ah, hier ist er. Grace macht mir ganz schön Ärger hier, der Wichser. Jetzt kommt ein Problem mit Instant ganken. Ja, das bringt nix. Maybe bringst du's. Maybe bringst du's. Renn! Aber du hast die. Nö, egal, ja. Vollfall. 600. Der Graves, der weiß noch nicht, dass er gleich gegen mich stirbt, weil ich... Äh, geh mal lieber Tabis. Alles, die. Die bringen dir mehr. Also, Bami's wieder zurückgeben. Zwei Ruby Crystal's Kauf von Bami's und Tabi's gehen. Ja, genau so. Wenn der für den... Und die KP so schnell du kannst. Bin ich so fast, Lukas. Oh Mann! Als ob der mich so kiten darf, was ist das denn? Racer. Hä? Hä? Ja, warum ist das denn? Oh, den kannst du maybe killen mit Ult. Friss ihn! Ja, Ochi! Manf, manf, manf. Guck mal, steht doch im Chat. Ochi, bester Spieler bei Far. Siehst du? Das ist richtig so. Von Salien, worum es geht. Ja, von Salien Sauerkraut. Der hat definitiv recht. Tja, egal. Wie das wohl ist. Wie das wohl ist. Wie das wohl ist. Ist das gleiche wie Neuro ist dreckiger Zehnagel? Ja. Das ist dieselbe. Da kommt das her. Der kommt, existiert nur nicht. Als nächstes Q, oder? Das soll auch sein. Äh, B. Hör rein. Hä? Weil theoretisch ist dein Q-Super. Hör rein, Alter! Hä? Aber warum gehst du raus und ich bin doch Saved? Ich kann doch niemals da sterben. Oh, der Silence geht hoch. Das ist doch ruhig gut. Richtig, deswegen weg. Ja, die Kaiser hat Ult hier, ne? Aber ich hab eh weh. Ich kann über die Wave zurück. Ich hab auch nur Weg für euch, weil es da was abgeht. Alter, der ist schon wieder geneiteter Typ. Ich bin zu spüren. Ich hab aber leider keine Ult. Ich hab leider keine Ult. Ich hab leider keine Ult. Lass den in die Wave reinpushen, dann können wir ihn, okay? Ja, ich komm, ich komm. Kann sogar sein, dass wir auch wieder vorsichtig diven. Wir müssen ganz vorsichtig spielen, gell? Der dived auch jedoch bestimmt wieder. Der Typ ist super accro. Ah, okay. Och, jetzt auch um. Oh, komm. Ja, ich hab halt einfach die Weh gefressen. Scheiße, hab ich Inter. Das ist nicht der Zett, der... Oh, ich spiel so schlecht. Ne, ist doch wieder Free Kill, Alter. Ich spiel's einfach so dermaßen schlecht nur. Egal. Good job, Bot. Okay, seems fair. Könnte funktionieren. Für die Wave, musst du die Wave klären? Du musst die Wave klären? Ne, er ist schon sehr tanky. Ja. Versuch Mainz zu Last Hitten. Du healst dich hier. Vielleicht kommst du dann mit genug HP. Ja, geil. Geh einfach Base. Kannst einmal recoil'n. Wo ihr nix zu Wave kommt. Jetzt ist es zu spät. Probier einfach hier zu Last Hitten. Das ist Top-Gain für Mainz. Vielleicht kannst du ihm helfen. Für HP. Nicht zu weit weg vom Turm. Im Turm hast du maybe ne Chance. Oder auch nicht. Alter, die Wave ist annoying. War die so besser bleibt so? Hm. Interesting. Nico hat auch ganz schön damage. Ist voll interessant zu beobachten. So mit mehreren Streams. Ich habe Julians Perspektive und Ochis Perspektive. Hat die andere nicht. Was? Ist da was? Oh, das ist doch die Falle. Oh, das ist doch die Falle. Schne Bait. Boah, war da meine Passive nicht drauf. Ich hab doch gequeue't. Äh. Gequeue' ich neben ihm. Ist er halt in deinem Aufstück gewählt. Können wir eigentlich die Kaiser abräumen und dann können wir Drake gehen, okay? MF kommt aus der Base und Grace war Bot-Side. Der war Top-Side. Gehen wir nicht so weit vor. Du hast ja keinen Grund. Geh durch, geh durch, geh durch. Oh, Mist. Ich war jetzt komm. Fuck. Geh einfach zum Turm. Geh einfach zum Turm. Das ist das, was bei diesen Midlane Games gestern auch passiert ist. Du bist so ein bisschen zu ungeduldig. Verlierst du nur oder ein, zwei Minions? Hauptsache killt dich nicht. Weil sonst verlierst du alle Minions. Weil Diving ist gar nicht so leicht. Das könnte funktionieren. Ja, man. Ja, die so weh. Ja. Aber du hast ja nicht schon alles. Ja, da ist Riot Games gut im Problem. Riot Games, danke dafür. Wenn du vorher nicht so low bist, dann kann ich da nicht helfen. Ja, wenn ich nicht da greede für die Overwatch am Anfang. Richtig. Das ist ganz oft, wenn man sie haltet. Kannst ja Runde laufen, Lukas. Ja, ich glaube ich schon dabei. Fynn stark. Wiesen. Wiesen. Das gehe ich als zweites, Lars. Einfach. Full tank, I guess, oder? Rosenheart. Pretty sure. Oder, wenn du Mana haben willst, kannst du auch für das Tier-Item gehen. Correct. Ah komm, ich gebe Tier. Ich würde erst mal mein erstes Item fertig machen. Achso, Tier kannst du schon kaufen. Ja, jetzt hast du sie verkauft. Braves oder wann? Braves ist hier. Ja, die nehmen sich alles von mir. Können da ran. Ja? Okay, let's go. Ja, wir sind voll hin da. Ja. Oh, ich komm nicht ran. Wie hört ihr ehrlich gesagt? Sogar Sunfire. Ja, aber einer von euch muss vor und Mark muss nicht mehr followen. Ich kann nicht vor. Let's go. Nein, 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 nein. Doch, du musst vor. Du musst vor. Du hast Schild. Ah, ich komme nicht ran. Mark followed nicht, scheiß drauf. Ja, die Schild und der Turret. Und Graves kommt auch von hinten. Und scheiß nicht, anderthalb Waves einfach in den Tod laufen. Ja, sag halt was. Sag halt was, ja. Alter. Ja. Alles gut, dein Bami's hat's verbrannt. Mhm. Alter, ich kann nicht mehr. Okay, wir kriegen Bounties. Okay, wir kriegen Bounties. 1060. Jetzt. Bei so'n gutes Team, so'ne Team-Combo haben wir glaube ich gar nicht so'ne gute. Weil ich weiß gar nicht, ob wir den Swain so gut eingesetzt kriegen. Weil die halt eigentlich relativ ranged und so sind. Die rennen halt nicht in die Reihen, ne? Ja. Ja, also eigentlich Kaiser. Kaiser Graves hat schon, ne? Kaiser Graves hat schon, ne? Graves auch. Set auch. Mh. Mh. Das ist deswegen so Single-Target-Damage haben wir glaube ich sehr guten. Mh. Mh. Ich hab mein Ding rausbekommen, meine Q. Mh. 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 Ich weiß nicht ob wir da rein wollen, ehrlich gesagt. Die sind so viele. Ich hab keine Ult. Lass dich einfach hier vorn. Ja, aber den können wir maybe heal. Ja, Ult ist back. Ah, die färschen sein. Oh no. Hör. Das kenne weh. Nice. Schau, wir haben's. Gehen wir weiter, gehen wir weiter. Aber chill, chill, chill. Wir müssen langsam spielen. Ich glaub nicht, dass wir folgen können, okay. Ich mein, das ist fein, wir können einfach Midland Tower daffen. Wir müssen halt, ich daff den turret. Wir haben einen Kill bekommen. Den geb ich auf, den turret. Boah, der hat so viel damage DMF. Wir können den nächsten Drake und Harrod auch nochmal abgeben. Wir müssen nur gucken, dass wir mit Harrod nicht die Base kriegen. Aber vielleicht Kitschen wär auch noch irgendwo was. Oh, scheiße. Midland Tower hätten wir nicht fallen lassen dürfen. Ach, die hat keine Samsteam, Nico. Lass uns bitte versuchen draufzugehen, oder? Ja. Maybe, ja. Die hat keine Flash und keine Kneid. Ja. Ja. Brauch ich mich nicht. Top. Top einer kann Top, einer kann Watt. Ja, Marc, bleib du immer in der Mitte, du kannst die Wave-Passe annehmen gegen die zwei, glaub ich. Ich muss jetzt erstmal resetten. Julian, du bist Solo? Solo, Solo. Ja. Boah, bin ich behind, Alter? Uff, ich krieg gar kein CS. Ich farm aber auch echt wie so'n Affe. Ja, ähm, die hat alles. Ist ausgelaufen, ist ausgelaufen. Oder neu, ja. Glaubt ihr, wir können uns Harrods nicken, während die Drake gehen? Ja, ja, die sind alle. Boah. Ich kann den, ich kann den auch einfach. Ich hatte den ja. Ja, ja, wir kriegen Bounty und wenn ich ihn krieg, ist das schon gut. Und die kriegen halt ihn nicht. Ich kann ihn halt fressen, Lukas. Wenn ich darf. Wir müssen, ja, ja, kannst du machen, wir müssen ihn durchziehen. Einfach wirklich rushen, das Ding. Der ist, der ist free, also. Aber ich weiß nicht, ob der free ist, die haben keine Vision. Wenn die jetzt reinmoven? Ja, komm mit der Vision in der Botzeit. Ja, ja. Okay, geht raus, Jungs. Wenn ihr euch einfach zurückzieht, ist Fallen. Wir kriegen den Harrod hier. Sorry, Mann, aber ich war da. Vielleicht können wir auch Topfrauen. Sicher, ob wir dann. Wir sollten resetten einfach. Oh, ja. Ich. Ja, okay. Alles gut. Ich glaub, wir müssen ihn vielleicht. Aber bei den Topfrafen musst du noch nehmen, Ori. Ich glaub, das ist gut. Ja, Kaiser ist Topf. Soll ich, können wir deshalb killen? Setz stirbt, oder? Ah, scheiße. Komm nicht ran. Haben wir keinen guten Engages, oder? Ah. Mist, Mist, Mist. Kaiser ist Topf. Ich krieg keine Ult. Sorry, Mann. Ich kann ja aber gewinnen den 5. Ja? Wo? Ja? Einfach one-hit'n, one-hit'n. Was ist hier passiert? Ja, ich kann halt nix blocken. Was ist halt... Innie ist fucking strong, though. Ja, ich finde ihn ist richtig strong. Ich finde, ich kann's maybe noch irgendwie deffen. Ich glaub, was führt. Geben wir noch mal die Bales, finde ich. Wenn wir sich bei nem Set so ohne Tick abholen, haben wir uns wieder voller Leben. Können wir spielen, glaube ich. Ja, wir haben halt Printed. Das war gerade so gut, dass wir den Set da fokussen. Wir finden ja nicht so schön, dass er einfach 3 Ults haben darf. Ja, wegen der Ult. Ja, genau. Wegen der Ult. Ja. 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 Okay, aber wir haben's nochmal halten dürfen. Solang die nächste Tower ist aufschlisend. Ich fordere den hier einfach. Vielleicht können wir in der Botland noch den Tower dürfen. Das wär wirklich wichtig. Das ist der Safe, ja. Kennen wir die? Okay, weil er ist zu groß. Hm. Oh lol, er hattet mich ja noch. Scheiße. Nice hin. Er bin 10 Sekunden ult. Ist doch vor. Lüger, geht der mir auch viel nerven, jo. So ein Scheiß-Ghost, ne? Witz dem in der nächsten. Witz dich. Der ist so ne schnabele Typ. Oh, rennt der einfach raus, ey. Ich bin 187. Ja. F-F. Goals. F-F-F, ja. Du darfst jetzt keine Kill-Beteiligung mehr machen, Lukas. Und nicht mehr sterben. Und nicht mehr sterben. Das schaff ich nicht. Da können wir nicht mit meiner Ult fighten, Jungs. Da haben wir wenigstens ein bisschen was. Ja, ja, raus. Vielleicht auch den großen Fight. Okay, Jungs, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja, das ist gut. Er hat eigentlich komplett geintert. Er hat so geintert. Warum zum Fick ist er denn unter beiden Türen gekommen? Sorry, sorry. Fini muss leben, Fini muss leben. Nice, Fini. Wir müssen jetzt die Waves clearen, dass Fini wieder da ist. Dass wir das irgendwie halten können. Ah, okay. Übel wichtig, dass ihr ein Set gekillt habt. Ja, der ist halt so reingeintert. Ja, ich glaube auch. Ja. Jetzt nur unter zwei Nexus-Türme jumpen. Das ist das Play. Mhm. Da fühlst du ein bisschen, der Junge. Mhm. Gehen wir sie denn einfach auf, oder? Ja, müssen wir, glaube ich. Das halten können wir halt nicht so. Nee, lass sie aufgeben, sonst finischen wir uns einfach. Einfach reingehen und die versuchen zu ulten. Kann ich die nicht einfach reinspringen und versuchen zu ulten? Nein, nein, nein. Selbst wenn du es schaffst, stirbst du 100% und wir verlieren dadurch. Aber auch hier doch ich keinen Wave-Clay für die Wave-Clay nicht. Hä? Auch hier doch ich keinen Wave-Clay für die Wave-Clay. Auch die E hat gute Wave-Clay. Ja, aber das ist scheißegal, die Fini schon sein. Ich darf noch nicht Wave-Clay irgendwo, das ist gut. Ich meine, wenn Fini sich sowieso... Ja, dann warum aber auch nicht den Clown sind? Die Säle haben wir nicht. Achso, nein. Keine Ahnung. Wir haben eher noch die Chance. Vor allen Dingen ist das ja nicht so, als ob wir das 100% kriegen da. Bestand. Tja. Ihr seid so behindert. Ich weiß gar nicht, ob in Fini einen großen Unterschied macht. Wenn die euch catchen, one-shotten die euch sowieso. Ob da jetzt noch 200 Damage mehr oder weniger sind. Ist auch wahr. An dem Punkt keinen großen Unterschied mehr. Was wird das geholfen? Wir haben ja Harald. Malon Harald. Ich muss nicht essen durften vorhin. Bounties, Bounties. Berteidigungs-Harald. Gegen die Super-Minions. Echt so? Defensiver Harald. Das haben wir auch noch nie gesehen. Ah, immerhin haben die denn nicht, ne? Maybe können wir den Set-Catchen-Bot? Ich will eigentlich nicht, dass die gleich abgucken. Irgendwas müssen wir fighten jetzt, bevor die... Bitte auf die MF? Keine Ahnung. Der Set können wir eher catchen. Der Set können wir eher catchen. Komm auf den Set-Bot. Okay, ran. Wir waren nicht finish in der Zeit, ne? Achtung, Achtung. Ne. Ach, shit. Oh, was ne Combo von den. Holy shit. Wir leben noch. Wir leben noch. Ich bin down. Spiel mit Finny. Spiel mit Finny. Spiel mit Finny. Oh Gott. Ja, das war's leider. Alter, ich war so bad. Ich weiß gar nicht warum. Warum war ich so bad? Ich war so hard bad. Warum war ich so bad? Na, passiert. Teilweise liegt's bestimmt auch am Trundle-Nerf. Haben die Trundle-Nerfed? Das hat ja gar nicht mitbekommen. Da hätte ich ihn nicht gepickt. Deine W hat viel mehr Coolruns. Ich glaub ich bin 11 auf 5. Das fällt nicht auf. Honestly, das fällt irgendwann nicht mehr auf. Du warst 1, 24, 25 mit Rell. Oha. Oha. Fühl dich immer. Aber das ist wirklich richtige Rell-Stats. Du gehst rein. Ja, das ist richtig. Das ist einfach tot. Das ist richtig. Jungs, ein Game schaffen wir schon, oder wenn wir uns beeilen? Ähm, ich muss jetzt erstmal für eins aussetzen. Jaja, dann wird's ein bisschen schwierig. Wenn wir einen Fünfen finden, bin ich dabei. Maybe. Also eins kann ich auch noch machen. Ah, dann muss ich... Nee, das wird mir zu knapp. Vielleicht muss ich noch ein paar Sachen machen. Jaja, same. Na egal, komm, dann gehen wir auf. Alla Lens. Dann sind alle weg. Ist ja schrecklich. Dann sehen wir uns wieder die Tage. Ja, mein Schippes Team. Alter. Alter. Ich muss da jetzt mal... Ich wünsche euch was. Hat Spaß gemacht. Denk schon mal, gewöhnt man das Ding auch irgendwie. Jojo. Genau. Hallo. Macht's gut. Ja, das war auch schon der Stream. Ja, das war ein Game. Sorry Jungs. Wer ist denn jetzt noch da? Ja. Also ich fand dein Raum großartig. Wollte ich nur erzählen. Wollte ich nur erzählen. Hallo. Ich fand mein Show gerade immer in der... Ich hab's nicht gesehen. Danke. Das Team wird nicht kurz. Er wird durchschnittlich. Ja. Ja. Sorry Telsel. Ja. Heute ist Wuma. Hallo. In der Pfalz ist Wuma heute. Da musst du Wussmark. Muss ja hingehen. Wussmark. Muss noch eine Konsequenz sein. Ah ja. Aber vielleicht kriegen wir noch ein Stream organisiert oder so. Mal gucken. Also ich jedenfalls nicht mehr. Auch hier auch nicht. Lars vielleicht. Aber hättest du theoretisch Zeit für heute Abend, Lars? Äh, jetzt gerade ja. Weil ich eben gelernt hab, dass ich wahrscheinlich erst morgen nach Frankenthal fahren muss. Ha. Ja, wenn du Bock hast, kannst du ja streamen. Also ich bin halt auch... Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wenn noch irgendwer da ist, maybe. Also sind wahrscheinlich alle unterwegs. Ja, nicht, maybe. Okay. Alle Jungs, ich verabschied mich. Julian, wir sehen uns heute Abend. Das Spiel, Anna. Bis dann. Wir hören uns. Ciao, ciao. Ja, wenn du willst kannst du jetzt noch weiter streamen. Oder? Was auch immer. Ne, jetzt ess ich erst mal. Alla gut. Ihr wart quasi jetzt meine Unterhaltung. Jetzt suche ich mir ein YouTube-Video. Perfekt. Oder irgendeine Serie. Nein, fürs Dabeisein. Ciao. Sorry Telsel. Es gibt richtig sehr krasse Fails-Unterhaltung. Hallo. 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 Hallo.